Hallo, Herzlich Willkommen Komfort, Nein, Jimmy, ja ich hab Video, wir machen mal heute neues Geploc, Geht jetzt. So, das hat man ja. Okay, wir haben ok, jetzt haben wir nochfar, immer nochfar, immer noch Gar, immer noch Gar, immer noch gar,학교. Immer noch gar, immer noch vorhanden, haben auch was Neues im Geld bekommen, mal gucken, Immer noch da, 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 immer noch da. Okay, neue Gänge. Okay, wir haben nur den Basketballcharakter bekommen. Die Mängelchen, das Paket kostet 2400 Bierbach. So, wir können mal das eingehen. Welche Fortnite-Mannschaften wir rein wollen. Das sind keine originalen Mannschaften, das sind nur Fortnite-Mannschaften, z.B. die Fussi-Mannschaft, die Bananen-Mannschaft. Also unbenauert sogar ein Pili-Bananen-Mannschaft. Und dann hier Fussi-Mannschaft, Bär-Mannschaft, die Bär, der Bär, der Bombeer. So, dann haben wir hier noch Roca-Rücker-Mann-Kraft. Und, ja, also Roca-Rücker ist bei mir Rücker-Mann-Kraft. Also von daher, ja, kostet 2400 Bierbach. Und dann können wir alle einzeln kaufen. Eintel Biergarten kaufen, vor allem noch Biergarten-Charakter. Und natürlich können wir auch noch die Farbe ändern. Das habe ich eben gar nicht vergessen zu teilen euch. Aber ihr könnt auch die Farbe ändern. Wenn ihr das sagt, ihr wollt Rot haben, wollt ihr eine andere Farbe haben. Das könnt ihr selber auch wählen, welche Farbe ihr habt wollt. Ihr könnt die Schuhfarbe ändern. Ihr könnt alles ändern, die Farbe. Die Käppi-Farbe könnt ihr ändern. Von daher, ihr könnt eigentlich das ändern. 1200 Biergarten-Charakter ein. Eintel Biergarten, 2400. Und dann gibt hier unten noch die weiblichen Charakter. Von die weiblichen, die gefällt mir zumindest am besten. Muss ich wirklich sagen. Sie gefällt mir ja am besten. Von die weiblichen, meine Meinung nach. Gefällt mir die am besten. Von die weiblichen Charakter her, gefällt die mir am besten. Kann natürlich auch alles eingebieren, gegen Mannschaften, Farbe. Ändern. Da geht hier etwa aus. Käppi. Oh. 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 Und da haben wir alles von Back geändert. Und wo wir gehen halt ausgehen. Ja. Kann hier auch nochmal sein. Oh. 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 Das wir auch. Und erst dann geht es mal. Und wir auch noch. Aber ich finde ja andere �ern davon gar nichts. Also ob er vielleicht eigentlich nicht miner完全 gibt. Also macht ja nur eins. Das ist echt vollkommen. Dann haben wir noch Wacht dabei, paar Gehe. Da haben wir noch den Emoot. Dann haben wir noch den Emoot. Mit den Wacht dabei vorglaufen. Ja, da haben wir noch Rückenachspaar und der noch Biskate. Ja, Spanke kaufen, Bibach 1, 500 Bibach der Emo, Rückenachspaar 400 und dann haben wir hier noch die Biskate zu 800 Bibach. Also wenn wir den Kaufwerke Spanke und Kaufwerke nicht alle, denn da eigentlich ist es viel zu teuer. So, dann haben wir noch die Charakter hier, ich glaub die waren gehofft, ja, da muss ich mal wieder aufliegen, wunderschöne Webguide gucken, liebe Freunde, ich weiß grad nämlich gar nicht, aber wir, ich glaube, gucken wir jetzt die Wabsch-Koch-Nachgabe, ich guck mal nach. Hier guck mal, da können sich wieder Nachleger freuen auf meine wunderschöne Webseite, wo ich wieder 100 Jahre gebaut habe, wie ich alles gefunden habe. Okay, jetzt gucken wir mal nach, fangen wir mal gegen Männlichen an. Okay, er war selten gewesen, okay, das wundert mich jetzt, dass er selten war. Coolest vor 300, 300, 28 Tage war Coolest im Job, jetzt ist er wieder gerade vor 800 Bibach. Coolest vor 300, 28 Tage war er im Job. So, und die weibliche Bibach war die nicht da. Die war Coolest vor 150 Tage im Job. Und jetzt ist die Wabsch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch. Ja, er war auch selten, er war Coolest vor 200, 51 Tage im Job. Und jetzt ist er wieder egal. Hat natürlich auch eine Lego-Bajanke. Vergehe ich immer gerade wegen, aber ich sehe Gerber ist geil, weil Lego-Bajanke dabei ist. So. Im Gänge haben wir noch gegen einen netten Mann hier. Gerber Coolest vor 65 Tage im Job. Ja, alles Besonderes. Und, boah. Weiter geht es. Dann haben wir noch die Gebisskacke. Die Bisskacke. War die selten oder nicht? Wir gucken nach. Ja, die Bisskacke war selten gewesen. Die Bisskacke war Coolest vor... Jetzt kommt der Hammer. Vor 1400 Tage war die Bisskacke Coolest im Job. Alka. Vor 1400 Tage war die Coolest im Job. Also die war vergammt selten gewesen. Die war vergammt selten. Die war Coolest vor 1400 Tage im Job. Und dann war Grab Schibirga auch los. Verkommen selten. Alka, Falca. So wir haben noch gegen Emoot hier. Halb, halb, halb. Ich glaub' 아마 auch selten. Nee, war nicht hab' ich gekonnt. Die war nicht selten. Die war Coolest vor... Alka, ich kagel den Job. Er war nicht selten. Falca, Gis. genauer noch die mann der musik macht hier gehen aber war nicht er war kundest vor drei hundert vor drei hundert wir haben 50 tage war das ich hab jetzt ist er wer da aber was er aber noch in der gabe war ja auch sagen wir gut nach die wahlkula vor 61 tage im shop war nicht so gelb wir haben noch gehen wir konnten nach war er nicht wirklich ist wie alles nicht noch hier ich muss hier ja übelklage suchen der wahlkula ist 251 tage im shop wir haben noch die nette gabe war magikulast im shop wohnen mal gucken kaufkula ich suche wie ich jeden jahre will ich das finde bei die wahlkula wo ich immer nachgucke ist nicht vernünftig geordnet das problem die wahlkula ist vor gar 115 tage im shop also die war selten geweben wahlkula ist gelb aber noch die gebisskacke die wahlkula vor 61 tage im shop das besonderes haben wir noch die das auto wieder wie genau das war kules vor jetzt kommt der hammer vor 200 und 261 tage im shop also es war selten gewesen der hängegalker war selten gewesen lässt vor 271 tage war selten so weiter geht es mit gegen die netten charakter hier waren die gelten oder nicht wir schauen da völlig nach ok waren die wirklich selten oder noch nicht nach georgie waren selten gewesen oder was ok das paket war selten gewesen eigentlich waren die nicht selten nur das paket war selten aber naja so dann haben wir auch dieses im mod hier vor 500 wie bast das war kula ist vor 200 tage im shop das besonderes haben wir auch die nette garme hier das paket war kula ist vor 187 tage im shop und die nette gar im shop und die nette gar im shop und die nette gar im shop 187 tage im shop jetzt sind wir da und weiter geht aber noch an was gelten ist ne ich war auch gelten wo ich heute folgende war es war wieder zu gehen vor der belge euch auf video vergesst nicht gegen kutika kutika eingehen wenn ihr euch einen shop kauft und ich wünsche euch heute noch einen angenehmen tag genießt das schöne wecker heute und bis zum nächsten mal tschau tschau